Und hallo Freunde, wir sind wieder zurück bei Donkey Kong. Knopfknüppelei, so heißt das zweite Level dieser doch wunderschönen Welt und naja, was will man sagen. Vorweg erstmal ein paar Informationen. Ich habe so langsam das Gefühl, dass die Qualität hier auf dem System, auf das ich hier Donkey Kong spiele, von der Qualität ein bisschen abnimmt. Ich habe da jetzt, oder versuche jetzt mal ein bisschen mit den Fahnenanstellungen zu jonglieren und hoffe, dass ich dann wieder ein Optimum rauskriege. Die zweite Information ist Sands Road 2. Ja, wir haben Calvin und ich gestern wieder gespielt und es sind ihm jetzt genug Teile, als dass wir jetzt endlich, auch nach langer Überredungskunst, erst nächste Woche Donnerstag, dann die ersten Teile veröffentlichen. Das heißt, ab nächste Woche Donnerstag, ich glaube, das ist der dritte, siebte, da wird es dann jeden Abend dann erst einmal wieder um 19 Uhr pünktlich natürlich auf unseren beiden Kanälen dann eine Folge Sands Road 2 geben. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, das ist ein wirklich sehr gewöhnungsbedürftiges und sehr, naja, also schaut einfach selbst. Also wir haben schon unseren Spaß gehabt, wir haben aber auch schon geflucht ohne Ende. Egal. Wir sind jetzt bei Donkey Kong, Knopfknüppelei und bevor, ich habe ja genug, genau, wähle ein Item für Donkey Kong, Bananensaft, Extraherz. Ähm, da hat mich ein User auch mal drauf angesprochen, warum ich diese Items nicht mal genutzt habe. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich nehme mal Squawksy mit und spielen. Ich werde versuchen, die Bonus-Stage in der ersten Welt vielleicht tatsächlich mal mit einem Bananensaft oder mit einem Extraherz zu probieren, weil das ist nämlich... Nein, wie ist das gut versteckt? Das war ja immer das Problem, dass mir dann irgendwo dann noch ein Herz gefehlt hat. Na, okay, das ist jetzt wirklich einfach gewesen. Äh... Ah, okay. Ui! Ja, nee, ist klar. Hahaha, damn. Ähm... Ist ja klar. Na komm. Hallo. Hallo? Ist doch nicht wahr, ey. Aber ich meine, gut, ne? Ist ja klar, wenn sowas auf einem drauf fällt, dann ist man schon mal platt. Also, gut. Also von der Logik her... Oh, das ist auch schön. Von der Logik her ist es... Okay. Ih, ein Affenmaul. Uäh. Okidogi. Okay, das da müssen wir wahrscheinlich rein. Hauen. Mam, 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 mam. Ein Puzzleteil. Okay, also bisher sind sie noch nicht wirklich gut versteckt. Was macht Squawks da? Donkey Kong. Warum macht Squawks da Geräusche? Gibt's hier irgendwo... ...eine Bonus Stage? Hm, okay. Ah, okay. Ha, ich hab's gesehen. Ah, haha, haha. Ja, ja, ja. Und wups. Und wo ist denn? Was ist denn das? Ja, wie einfach es doch ist. Okay, auf den Kopf. Ach, guck mal. Guck wie süß. Oh, lups. Wupsi. Wupsi. Okay, er geht wieder... Uäh. Und er bleibt stehen, oder? Ja. Und jetzt? Ih, was... Ih, was ist denn... Oh, was ist denn das? Ih, geht... Ih, geht... Ih. Och, Didi, war schön mit dir. Ja, ich bin auch noch reingesprungen. Ih, was sind das für... Ich kenn so Vögel, die... ...machen dann auch einen Sturzflug... ...ins Wasser und holen sich dann so Fische, glaube ich. Sind... Das sind die doch, oder? Okay, öh. Das ist ja mal geil. Mit der Anzeige, die uns zeigt... Pass mal auf. Oh, schade. Dann kannst du springen. Boah. Alles kaputt gemacht hier. Das ist mal nicht schlecht. Zack. Äh, ich kriege ich auch noch. Ich kriege ich auch noch. Wursten erleben. Das kann ich sehr gut gebrauchen. So, was haben wir hier? Hep. Hep. Okay. Haben die drei roten Punkte da irgendwas zu bedeuten? Das sind wahrscheinlich nur die Positionen, an denen wir raus können. Scheint jedenfalls so. Ah, da unten. Hahaha. Beinahe übersehen. Juhu. Juhu. Upsi. Äh. Tö, 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 tö. Tüps. Kommt. Jetzt. Oh, nein. Ja. Hahaha. Also das finde ich bisher immer noch am schönsten. So von den ganzen Bonus-Stages halt, ne? Mh, mh, mh. Gap, 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 gap. Jawohl. Äh, nein. Komm. Nein. Komm, jetzt nochmal. Nein. Was zu niedrig. Nein. Kommst du nochmal wieder? Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Nein, er kommt nicht wieder. Ups. Oh, war das knapp. Kommst du jetzt nochmal wieder? Nein. Er kommt nicht wieder. Mh. Da hinten ist Speicherschwein. Ganz toll. Was ist denn das da gerade gewesen? Niii, nni, nni, nni. Okay, oder so. Daaam. Ah. Ja, ja, ja. Ich werde dich benutzen. Keine Sorge. Okay. Ach, ich hasse das, wenn das so ätzend gemacht ist. Du bleibst hier stehen? Nein. Ach so, man sollte hier auch... Ähm, nein. So. Kaputt machen. Äh, das war doch das erste, oder? Wum, 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 wum. So. Und jetzt aufpassen hier, die, die wir halten. Kolibris? Sind das Kolibris? Kann das sein? Ey. Ey, wie? Ey. Nein! Reingesprungen. Was ist das für ein Scheiß? Ach, nö, das kann da jetzt nicht sein. Das kann sie doch nicht hier. Ach. Die erste Welt war ja schon scheiße, ne? Aber... Ach, hier war noch ein Puzzletal drin, ne? Ja. Da, hier, hier klappt es mit dem Hochsprung. Warum klappte es eben nicht? Okay, ich lasse ihn jetzt mal im Leben. Ach. Also bisher habe ich Squawks nur einmal gebraucht. Uiuiuiuiui. Okay. Nein! Oh! Beinahe erwischt. Nein! Beinahe erwischt. So. Okay. Okay, wir können nichts machen. Bum! Moment mal, habe ich hier nicht irgendwo ein Herz? Achso hier in der blume ich wollte gerade sagen hier stimmt doch irgendwas nicht da ist mein herz Komm jetzt bitte donkey bitte 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 Du bist so ein dummer Affe ein dummer dummer idiotischer Affe bist du Mann Das darf ich den ganzen Kack nochmal machen Nein wo mag hier wohl das Puzzleteil versteckt sein Na schon wieder ein hoch mich meist naja okay das geht auch ja ich weiß quarks ich bin da schon drin Nacht das war und das ist zwar auch vernehmen Na daneben Na geht doch Ja und direkt das Puzzleteil eingesackt Und wir landen denn hier Einmal dort Und nochmal dort So und jetzt hier hoch Oh Gott und jetzt reinfallen lassen Oh Gott oh Gott Bums Äh was ist denn das Ah Ha 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 Da geht es nicht weiter Nein Wo geht es hier weiter Oh Jetzt kann ich die auspusten Ha 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 Kleinsprengen Jawohl Und ein Gruß euch herz In irgendein ich glaube in der ersten Welt hatte ich den auch mal Und äh da flog der auch guck mal Er guckt ganz zerstört Ne das ist verkehrt Und äh ja wie gesagt da Flog er und da konnte ich ihn nicht auspusten Ich seh nix da ist das Puzzleteil Und schnell wieder hoch Wie viel haben wir? Ich hab grad einen Hingel Sechs von sieben Aber wir müssen das Level eh nochmal machen Weil wir nicht alle Kongs haben Ist auch toll ne? Was ist da unten? Da war nix Nein Und langsam Donkey Oh Gott Guck mal wie süß Was ist das? Okay Jetzt wird schwerer Okay da ist das N Da unten ist das Speicherschrein Aha Aha Das haben wir Okay Das bringt jetzt nicht wirklich viel Wenn ich mich da runterschieße Doch Ach doch Ha Ha Ja haben wir alles oder? Und tschüss Speichere ich wein Ach schaut mal hier an der Seite Die Affen Der eine hältst den Mund zu Der andere die Augen Da musst du mich so erschrecken Das ist Ich weiß nicht wie es heißt Aber Oh Okay Nein Das ist ja Sehr Gemein Ähm Mann Mann Ich bin sogar Richtig Nein Bin falsch Nein 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 Ich war doch Jetzt hier Jetzt da Jetzt hier Jetzt hier Und dann da Boah Oh Ich hab Hab ich da links was Das ist ja mal geil Boah Ist das geil Boah Bums Oh Gott Da rein Das ist ja Der hat uns wieder rausgeschleudert Das Jetzt dreht er sich Da rein Ach du liebe Zeit Okay Dann muss ich Jetzt Nein Das war zu Oh Wir haben drei Versuche Tatsächlich Jawohl Wummsen Jetzt ist wahrscheinlich Nur noch ein Maul offen Jawohl Und es ist schneller Nein Okay Der letzte Versuch Na also Ich muss es Spannend machen Uns fehlt ein Puzzleteil Squawks Du dämlicher Papagei Jetzt hab ich die schon dabei Was soll denn der scheiß Ey Da ist er wohl jetzt mal obermiss oder Naja was soll's Ruinen Der Schuss Jawohl Das Mastenschießerei Und Cranky Kongsladen Dann kaufen wir uns erstmal den wunderschönen Schlüssel Na Macke Verliest die Tür zu Du lässt dir die schöne kühle Luft raus Nein In Ruinen Genau Da ist es ja auch immer so heiß Ja Möchte ich Ah Versuchst du alle Geheimnisse Dieser Inde zu lösen Oder nimmst du eine Abkürzung Drecksack Skorksy Komm Nimm mal mit hier 600 Über 6 Ach du liebe Zeit Komm Ich komm jetzt Ohne Ende hier Ohne Ende hier Ich würde mal gerne wissen Wie weit die Anzeige geht Ob die nur bis 999 geht Das werden wir gleich herausfinden Oh Gott Und Ja Es geht nur Ja Du hast schon so viele hiervon Du kierige Affe Genau Dann holen wir uns jetzt hiervon ganz viele Man kann ja nie wissen So viele Münzen Das ist ja schon unnormal Zaubertrank Ne Bananensaft Entschuldigung Ich würde mal gerne wissen Andere Leute Die diese Spiel spielen Tun die sich auch so schwer Ich weiß es nicht So komm Skorks Auch nochmal So Ich glaub das war's Ja möchte ich Wenn du nicht weiter weißt Trommel auf dem Boden Oder springe Oder puste Was auch immer Ich bin sicher Du kommst schon dahinter Wenn ich mal nicht weiter weiß Genau Bums Und der ist auch frei Jawohl Und das Feuchtes Verlies Ach das ist sogar Ein planmäßiges Level hier Und in dem würden wir wahrscheinlich Hier nicht rüberkommen Auf die andere Seite Okay Aber jetzt möchte ich mal probieren Ich probiere es immer wieder Freunde Ich weiß Ich probiere es immer wieder Aber Nun ja Inventar Nehmen wir das Extraherz Bestätigen Äh bestätigen Achso Spielen Es ist die Frage Ob ich jedes Mal Wenn ich jetzt kaputt gehe Wieder dieses extraherz habe Solange bis ich das Level geschafft habe Oder ob ich dieses Bonusherz Einfach nur einmal habe Bonus Ja ja Ich weiß Oh nein Wie habe ich es vermisst Wie habe Und ihr vor allem ne Mein Münzenlevel Sammel Level Hier Ich weiß schon gar nicht mehr Was ich sagen soll So Und hepp Und hepp 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 Achja ich muss die ganzen Scheißdinger Nein ich habe das Leben vergesst Oh 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 Ich muss die ganzen Herzen Ach die Herzen Die ganzen Puzzleteile Ja wieder einsammeln Oh scheiße Aber bis jetzt läuft es ganz gut Bis jetzt Ich betone extra bis jetzt Hepp 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 Bums 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 Nein Scheiße Und ich habe Ja immer noch das extra Herzen Hahaha Okay jetzt zwar ohne Didi Aber egal Da ist die Wahrscheinlichkeit Hoch zu springen Ein wenig höher Wie wir ja hier schon sehen Und ich frage mich Das ist Das ist mir schon so oft Bei Spielen passiert Dass man irgendwelche Bonus Items hat Ich die aber total Verpeile irgendwie Und Das Leben haben wir auch Jawohl Wieder 99 Von 99 Eins Zwei Drei Nein 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 Ach Das war Doofheit Das war Doofheit Ich möchte jetzt nicht den Teil wieder allzu lange werden lassen Deswegen Werde ich hier ab und zu einfach mal auf meine Uhr schauen Ich glaube die ganzen Münzen hier werde ich gleich alle wieder haben Weil ich möchte euch das Obwohl ihr euch ja freut Das weiß ich Ach kacke Scheiße mein extraherz ist weg Nein 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 Ja wenn einmal der Wurm drin ist Ne Wenn einmal der Wurm drin ist Aber ich hab's wieder Das ist geil Ja ihr freut euch ja Wenn es So lange Teile gibt Ich freu mich da nicht so Weil erstens brauche ich Ewig um die hochzuladen Das Rendern Das geht noch einigermaßen Aber das Hochladen Boah Da Drei Mal sogar An den Stellen Wo ich eigentlich Keinen Hochsprung brauche Dann Macht er ihn Und da Wenn ich ihn brauche Dann macht er ihn nicht Das Puzzleteil haben wir schon Ich will dieses Level Vielleicht auch Endlich mal Alleine schaffen Nein Ja die ist klar Nein Die Die habe ich gerade Die die gesagt 4 von 5 Oh Gott Ja Kleinspringen Das kann man eigentlich Jetzt schon vergessen Denn ich habe schon zu viel An Leben verloren Als dass ich das jetzt hier Noch schaffen werde Aber Bis zu der Stelle Bin ich ja sonst auch immer gekommen Nein das war Ja Das war zu weit links Scheiße Aber jetzt mit dem Extraherz Macht es echt ein bisschen mehr Spaß Weil Man weiß man hat einen kleinen Puffer Und Ich sehe mich aber jetzt schon Jeder hier in diesem Spiel dran Verfranzen Und Sehe schon wieder euch Quälen mit einem Teil Der weiß ich nicht wie lang ist Guckt euch das an Nein das hätte nicht mehr gepasst Und ich möchte es auch jetzt nicht ausreizen Nur für ein Leben Da habe ich eh genug von Mir sind hier die Herzen Wichtiger Ey guckt dir das an Wie ich hier durchpese Und alles mit Hochsprung Häp Und häp 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 Und häp 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 Okay das Puzzleteil habe ich schon Die Münze nehmen wir auch noch mit Und ich habe noch alle drei Leben Freunde Ich habe noch alle drei Leben Ich hatte alle meine drei Leben Okay zweimal darf ich noch getroffen werden Aber ich glaube Das sieht gut aus Ich kann mich daran erinnern Oh ja Oh nein Diese Stelle ja Ich erinnere mich Komm verzieh dich Ich habe jetzt keine Lust hier Ne Ja wisst es Ich bin ja jetzt manchmal ein bisschen still Das liegt ganz einfach daran Weil Nein 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 Warum Warum Ich hasse dieses Spiel Ich hasse es Ich habe ein extraherz Oh wie toll Ich glaube ich könnte jetzt zehn Herzen haben Und schon wieder sammle ich alle Münzen hier ein Mann Ja wie gesagt bin ich still weil ich versuche mich einfach hier auf das spiel zu konzentrieren Ansonsten habe ich Ey was bitte Ansonsten habe ich echt kein Problem damit hier so während des spiels zu kommentieren Aber hier manchmal ist es echt vonnöten Dass man echt still ist weil Och ich habe kein extraherz hier Warum springe ich hier Hier muss man nicht springen Ey Donkey Was soll das Sonst springst du auch immer hoch Warum dann nicht Warum Warum hast du dich jetzt gerollt Das war Zu früh Und ich hatte mich echt gefreut auf diese stages mit dem extraherz Wirklich freundlich Ich hatte mich echt 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 Lassen wir das Ich kann nicht mehr reden Wir versuchen einfach uns jetzt zu konzentrieren Und einfach Ja Ich habe jetzt eigentlich auch nichts anderes gemacht als sonst auch Ich finde das scheiße in diesem Spiel Dass man Genau sowas hier auch Dass man den Unterschied zwischen Hochsprung und Normalsprung Das ist wahrscheinlich eine Nanosekunde Länger oder kürzer auf die Sprungtaste drücken Und das finde ich scheiße Das ist bei dem Numchuk ist das genauso Also für die die jetzt sagen Die ein Spielerin Numchuk Es ist da genau dasselbe Ich hatte mit dem Numchuk genauso Probleme wie Hiermit jetzt auch So Wieder 99 Leben Und ich habe noch alle meine drei Herzen Und ich hatte alle meine drei Herzen Diese Sprungszenen über die Dinger hier Die sind an sich ja nicht schwer Nur es klappt nie Ey Ey Was sollte Das Was Was sollte Das Ach Die wie einmal falsch Ey Es kann Fluch und es kann Segen sein Wirklich Diese scheiß Wie Steuerung Komm schüttel mich und dann mache ich eine Aktion Oh wie toll Das warum man hier so schnell die Lust dran verliert Ist Weil man den ganzen Scheiß Wieder von vorne machen muss Und das nervt einem einfach nur Weil es aufhält Lauf 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 So Weiter laufen Na hier kommt er jetzt gleich irgendwo Genau Bums 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 Genau Das geht noch Bums 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 So wenn man hier jetzt vielleicht einfach mal einen Speicherschwein Hingestellt Ne Das wäre mal echt eine geile Sache gewesen Oh Da bin ich jetzt aber selber überrascht von Oh Ich habe alle drei Puzzle Ach alle drei Alle vier Alle fünf Puzzleteile Das heißt an der Stelle kann ich jetzt direkt Und komischerweise Ist es mir bisher da noch nie gelungen Jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern Direkt beim ersten Mal auf diese Sprungfeder Direkt einen Hochsprung zu schaffen Also irgendwie scheint es da wohl irgendwie so gescriptet zu sein Dass wir da erstmal einen kleinen Sprung machen Finde ich gemein Aber man hat sich hier bei diesem Spiel Insbesondere hier in diesem Level Ja schon daran Gewöhnt Dass das Spiel So Toll Mit einem umgeht Ich sag dazu jetzt nix Das sind diese dämlich Fehler Die man macht Weil man einfach an einem gewissen Pegel Einfach keine Lust mehr hat Und auch innerlich irgendwie abschaltet Aber Mein Ehrgeiz Er ist mal kleiner Er ist mal größer Aber Ich werde dieses Level hier schaffen Ich werde diese Verbumste Murmel Holen Da könnt ihr sicher sein Ich mein Was man hier wahrscheinlich Anstatt des Speicherschweins Halt so eingebaut hat Sind halt diese Sachen hier Oh Dass man halt Sich immer wieder ein Leben holen kann So dass man eigentlich Hier endlos spielen kann Setzt natürlich voraus Dass man in diesem Level Dann auch so weit kommt Und dann auch jeden Gegner trifft Oh ja Oh ja Oh nein Oh nein Und wieder von vorne Und wieder dieselben Gegner Und ich hab gleich schon wieder 400 Münzen Ich werde das jetzt hier noch In diesem Teil Versuchen Den werde ich jetzt aber auch Nicht mehr allzu lange Machen Weil Moment So wir haben nämlich jetzt schon wieder 32 Minuten Das heißt Ich werde das jetzt hier noch versuchen Und werde dann folgendes machen Ich werde es schneiden Ja Weil Schöne lange Teile mögt ja Das kann ich verstehen Aber ich möchte euch hier wirklich nicht quälen Mit immer ein und demselben Level Weil Das ist wirklich eine Quälerei Man kann keinen dazu Man kann keinen dazu in irgendeiner Art und Weise Bitten Sich so einen Schwachsinn anzugucken So Äh Hallo Leben 99 Ach ich hatte vorher schon 99 Das ist Kleinspringen Weiter geht's Na Jetzt Okay 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 Das ist egal Ja 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 Ich weine Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Ja Ich hab die dämliche Mome Ich hab sie Ich hab alle verpuzzelt Oh ja Dioramgalerie aktualisiert Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Man musste dem Spiel nur androhen Pass mal auf Wenn das jetzt nicht klappt Du blödes Spiel Diorama Wir schauen uns die Diorama an Das Diorama Ähm Ja man muss das Spiel glaube ich beenden Kann das sein Anders kommen wir da nicht raus Denn wir müssen hier ins Hauptmenü Und dann müssen wir Neues Spiel Oh 26% Spieles hab ich schon Und dann auch Extras Und dann genau Dioramgalerie Oh Gott wie süß Die umfallen in Tickis Tickistatuen Oh guck mal Die die hinten am Schwanz Nicht schlecht Naja dafür hat es sich ja jetzt gelohnt Für dieses tolle Diorama Ja Freunde Äh nein So Ich hoffe ihr seid zufrieden mit mir Ich bin es irgendwie nicht Weil ich hab mich richtig dämlich Angestellt Aber naja Schau mal Wenn wir schon mal hier sind Hier haben wir noch nichts Aber Bildergalerie hat man glaube ich aktualisiert Auch nicht Hatten wir nicht da sonst immer so einen Stern bekommen Nein Anscheinend nicht Okay ich bin auch so schlecht Dass wir hier nichts Neues haben So Ein Spieler So und mit diesen zwei Jeweils über eine halbe Stunde langen Teilen Freunde Und mit einem Dschungel Der endlich abgeschlossen ist Und einem Strand Der vollkommen abgeschlossen ist Melden wir uns Sehen wir uns wieder hier Im Dschungel Mit einem wackeligen Wasserweg Mit einer Knopfknüppelei Mit einer Mastenschießerei Und mit einem feuchten Ein feuchtes Verlies Das hört sich jetzt auch schon ein bisschen seltsam an Aber okay Äh Ja und Cranky Kongs Laden natürlich Ja Und das soll es erstmal auch heute wieder gewesen sein Ich muss jetzt gleich zur Arbeit Und äh Vielleicht werde ich es noch schaffen Die Teile vorher zu rendern und hochzuladen Einer lädt jetzt schon gerade hoch Während ich das jetzt hier spiele Und ähm Vielleicht schaffe ich den zweiten auch noch Ich glaube es zwar nicht Aber man kann es ja versuchen Ansonsten kommt der zweite Teil dann heute Abend online Oder heute Nacht Denn ich habe glaube ich bis Viertel nach Eins Dienst Egal Wir sehen uns wieder hier an dieser Stelle Im äh Bei den Ruinen Und dann werden wir hier weitermachen Bis dahin Bleibt neugierig NRW bei 18 Adieu